Willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir über eine der natürlichen Behandlungen sprechen, die die Neugier vieler weckt. Eine einfache Mischung aus Rizinusöl und Backpulver kann erstaunliche Vorteile für Haut und Körper haben. Aber wussten Sie, dass diese Mischung auch potenzielle Risiken birgt? Heute beleuchten wir alles, was Sie über diese Behandlung wissen müssen, von den Vor- und Nachteilen bis hin zu den Warnungen. Wenn Sie also nach natürlichen Lösungen für Ihre Gesundheit und Schönheit suchen, schauen Sie sich dieses Video mit uns an. Was ist nun die Mischung aus Rizinusöl und Backpulver? Lassen Sie uns zunächst wissen, was diese Mischung ist. Rizinusöl ist ein Pflanzenöl, das häufig für medizinische und kosmetische Zwecke verwendet wird. Es enthält Fettsäuren und Vitamin E, was es zu einem natürlichen Feuchtigkeitsspender und entzündungshemmenden Stoff macht. Backpulver ist eine alkalische Verbindung, die für ihre antibakteriellen und pehlenden Eigenschaften bekannt ist. Wenn diese beiden Zutaten miteinander vermischt werden, entsteht eine Mischung, die zur Behandlung verschiedener Hautprobleme und zur Linderung einiger Schmerzen eingesetzt wird. Doch wie funktioniert diese Mischung eigentlich? Vorteile von Rizinusöl und Backpulver. Erstens, befeuchten und nähren sie die Haut. Rizinusöl spendet der Haut tiefe Feuchtigkeit, während Backpulver abgestorbene Hautschüppchen entfernt und die Haut weich und geschmeidig macht. Zweitens, Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen. Diese Mischung wird von manchen zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen bei der Massage schmerzhafter Bereiche verwendet. Drittens, entzündungshemmend und antibakteriell. Rizinusöl enthält antibakterielle und antimykotische Eigenschaften, die zur Linderung von Hautinfektionen und zur Behandlung von Akne beitragen. Risiken und Warnungen. Bei all diesen Vorteilen sollten Sie auf die potenziellen Risiken und Warnhinweise bei der Verwendung dieser Mischung achten. Erstens, Hautreizung Backpulver ist stark und kann bei manchen Menschen Reizungen hervorrufen, insbesondere bei Menschen mit empfindlicher Haut. Daher ist es am besten, die Mischung zunächst an einer kleinen Stelle der Haut auszuprobieren. Zweitens, allergische Reaktionen. Manche Menschen reagieren möglicherweise empfindlich auf Rizinusöl und verursachen Rötungen oder Juckreiz. Sie sollten die Mischung nicht verwenden, wenn allergische Symptome auftreten. Drittens, die alkalische Wirkung von Backpulver. Die häufige Verwendung von Backpulver kann das natürliche pH-Gleichgewicht der Haut stören und zu trockener und gereizter Haut führen. Jetzt gebe ich Ihnen Tipps zur sicheren Anwendung. Wenn Sie sich entscheiden, diese Mischung auszuprobieren, finden Sie hier einige Tipps. Erstens, Vortest. Tragen Sie eine kleine Menge der Mischung auf eine kleine Hautstelle auf und warten Sie 24 Stunden, um sicherzustellen, dass keine Reizungen auftreten. Zweitens, in Maßen verwenden. Es wird empfohlen, die Mischung maximal ein bis zweimal pro Woche zu verwenden. Drittens, überprüfen Sie Ihren Hauttyp. Die Mischung ist für einige Hauttypen geeignet, insbesondere für fettige Haut. Für trockene oder empfindliche Haut ist sie jedoch möglicherweise nicht geeignet. Deshalb haben wir gemeinsam alle Aspekte der Mischung aus Rizinusöl und Backpulver überprüft. Diese natürliche Mischung kann in manchen Fällen nützlich sein. Denken Sie jedoch immer daran, einen Spezialisten zu konsultieren, bevor Sie eine natürliche Behandlung Ihrer Haut anwenden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen, indem Sie den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren, um alle neuen Updates zu erhalten. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen oder Fragen im Kommentarbereich mit. Teilen Sie das Video mit Ihren Freunden, um mehr über diese wunderbare Mischung zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.